Vor einigen Tagen habe ich euch gefragt, ob ihr Interesse daran hättet, zu erfahren, wie man so etwas hier bauen kann. Also wie man überwachen kann, dass Systeme aktuell aktiv laufen. Das bedeutet, wir bauen heute eine solche Statusseite und gucken uns an, wie das technisch funktioniert, wie man es aufziehen kann und wie ich das auf meiner Webseite gemacht habe. Und als kleines Gimmick, sage ich mal, bauen wir auch noch so eine kleine Komponente auf eurer Webseite, die euch anzeigt, ob eure Systeme aktuell aktiv laufen oder irgendwelche Probleme haben. Das Ganze basiert auf einem Dienst und wie das alles eingebunden wird und technisch funktioniert, seht ihr in den nächsten Minuten, also auf geht's. So und los legen wir mit dem heutigen Video. Als erstes einen kleinen Disclaimer. Wir nutzen einen Dienst, nämlich diesen hier, Better Uptime, und es handelt sich dabei nicht um ein Kooperationsvideo. Die wissen nicht, dass ich dieses Video mache, ich kriege kein Geld von denen, die haben auch keine Auswirkungen. Warum ich dieses Video mache, ich habe mir viele solcher Dienste angeguckt und finde den einfach optisch am schönsten und am einfachsten einzurichten. Wenn ihr keinen Dienst haben wollt, für den ihr bezahlen müsst, beziehungsweise der irgendwo in der Cloud gehostet wird, dann empfehle ich einen Docker-Container, nämlich Uptime Kuma, unten in der Videobeschreibung ebenfalls verlinkt. Hier könnt ihr das Ganze mit einem Docker-Container irgendwo auf eurer Infrastruktur hosten, wenn ihr möchtet. Ist allerdings nicht ganz so schön gemacht und hat auch nicht alle Features, die ich mir von so einem Dienst wünsche. Wichtig ist, die Status-Seite und dieser Status-Tracker sollte nicht in derselben Infrastruktur gehostet werden, wo ihr eure restlichen Container oder Dienste hostet. Bedeutet, seid ihr bei Herzner und hostet dort einen Server, dann solltet ihr nicht bei Herzner selbst diese Status-Seite hosten, weil das macht natürlich keinen Sinn. Weil in dem Moment, wenn Herzner down ist, wäre eure Status-Seite down und euer Status-Dienst und könnt euch nicht mehr informieren, dass etwas down ist. Das ist der Grund dafür, deswegen bin ich auch direkt in die Cloud umgestiegen und habe Better Uptime genutzt. Das dazu, wenn ihr starten wollt, erstellt euch hier oben einen Account, das ist kostenlos und ihr könnt einige wenige Features, auf die wir gleich kommen, nicht nutzen, alles anderes aber gratis. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los, viel Spaß, auf geht's! So, das ist wahrscheinlich die erste Seite, die ihr seht, wenn ihr das erste Mal online geht. Natürlich mit der URL, die ihr überwacht und das ist ein sogenannter Monitor. Also das werden wir überwachen. Diese Dienste, die wir hier hinterlegen, sind Websites, die in der Regel irgendwie online erreichbar sind und damit können wir überwachen, ob die verfügbar sind. Das können auch ganze API-Backend-Systeme sein, wenn ihr zum Beispiel Hilfschnittstellen habt, die ihr hier überwachen könnt, wenn ich die anfrage, dass die dann halt ihr okay gibt. Ansonsten kann ich hier einiges konfigurieren. Ich kann zum Beispiel sagen, welche URL ich überwachen möchte. Ich kann zum Beispiel sagen, wie ich informiert werden möchte. Wenn ihr einen Paid-Plan habt, könnt ihr auch angerufen werden oder ein SMS bekommen. Ansonsten können wir entscheiden, wann etwas passieren soll. Wir gucken uns aber gleich noch die Escalation-Policies ein bisschen genauer an und auch who's on call. Aber ansonsten können wir hier sagen, wann ist die Seite wieder erreichbar. Also wann hat die sich recovered? Ist das instant oder dauert das eine Stunde? Ansonsten kann ich auch sagen, wie häufig die Seite überwacht werden soll. Natürlich sind die schnellen Pläne paid, aber ganz ehrlich, drei Minuten reichen für die meisten Verwendungszwecke aus. Und ich kann hier unten mich authentifizieren, zum Beispiel mit einer Basic Authentication oder zum Beispiel mit einem Barrier-Token, wenn ich zum Beispiel einen Login-Dienst erreichen möchte, wo ich erst weiß, ob der verfügbar ist in dem Moment, wenn ich angemeldet bin. Außerdem kann man geplante Maintenance-Fenster definieren. In der Zeit gibt es dann keine Inzidenz, wenn zum Beispiel eure Seiten nicht erreichbar sind. Das ist sehr praktisch, wenn ihr einen festen Release-Zyklus habt, dann solltet ihr hier zum Beispiel genau eine Stunde definieren, wo die Seite offline sein kann, wenn es theoretisch sein könnte. Und für GitHub könnt ihr noch sagen, irgendwie so ein Batch. Aber wir werden einen viel cooleren Batch mit unserer Website bauen. Ansonsten, wenn wir hier auf die Monitors an sich gehen, sehen wir, wie lange ist das ganze Ding online, wie ist das in den verschiedenen Regionen, also Europe, North America, Asia und Australien. Und hier sehen wir noch eine kleine Summary von Incidents. Was ein Incident ist, gucken wir uns später nochmal genauer an. Dann, grundsätzlich, wenn ihr so einen Monitor hier habt, können wir mehr anlegen. Wir können zum Beispiel sagen, wir erstellen jetzt einen neuen Monitor und sagen hier Google.de. In dem Moment sage ich einfach Create Monitor, zack, erstellt und jetzt überwachen wir Google. Das bedeutet, dieser Dienst geht jetzt auf Google und überwacht, ob der Dienst gerade verfügbar ist oder nicht. Und vor allem für Agenturen ist das ganz wichtig. Wir können hier auch Gruppen erstellen, zum Beispiel Projekt A. Wir können also alle Dienste, die zu einem bestimmten Projekt kommen, clustern, sodass man ein bisschen Beordnung hat. Weil hier sammeln sich sehr schnell sehr viele Dienste an. Das ist auch schon alles, was es zum Monitor gibt. Das ist nicht wirklich schwer und wenn ihr das ziemlich ausführlich bearbeitet, dann sollte das irgendwann so aussehen. Wie ihr so eine Statusseite baut, gucken wir uns gleich noch an. Aber erstmal gibt es noch ein paar andere Features. So, das nächste, was wir uns angucken wollen, sind sogenannte Heartbeats. Heartbeats sind zu überwachen von Cronjob, Backenddiensten, Datenbanken oder so etwas. Und hier sagen wir jetzt, wir wollen einen neuen Heartbeat erschaffen, zum Beispiel unser Cronjob. In dem Moment, wenn ich das mache, kann ich sagen, wie häufig erwarte ich, dass der aufgerufen wird. Zum Beispiel Every One Day, nein, sondern ich sage Stunden. Und zwar alle sechs Stunden möchte ich gerne, dass dieser Heartbeat aufgerufen wird, weil dann mein Cronjob ausgeführt wird. Das nächste, ich sage jetzt 15 Minuten, weil hier und da kann das mal passieren, dass das ein bisschen länger dauert. Hier kann ich dann dasselbe einrichten, wie auch bei Moniton und ich sage, okay, create Heartbeat. In dem Moment, wenn ich das tue, sehe ich hier eine URL. Die kopiere ich mir jetzt einfach und in welchem Backenddienst ihr auch immer habt. Zum Beispiel, ich habe hier meinen YouTube Stats Service auf meiner Webseite, wo meine YouTube Stats überwacht werden. Und hier sage ich jetzt einfach am Ende, wenn der Cronjob abgeschlossen ist, dann soll doch bitte einfach mein Dienst aufgerufen werden, mein Heartbeat. In dem Moment, wenn ich das gemacht habe und das erste Mal mein GetRequest hier aufgerufen wurde und ich jetzt einfach mal diese Seite hier aktualisiere, dann sehen wir, dass jetzt mein Cronjob online ist, nämlich seit 40 Sekunden knapp und hier unten sehe ich, wann der aufgerufen wurde. Dieser Balken sollte jetzt in regelmäßigen Abständen hier erscheinen, in dem Moment, wenn nämlich diese URL hier aufgerufen wird. Und so wisst ihr, dass immer eure Cronjobs oder eure Dienste aktuell laufen, so wie sie sollen. Und wenn das passiert, wisst ihr, alles funktioniert wunderbar. Das ist ein Heartbeat. Ihr könnt damit auch Datenbank und anderes überprüfen. Funktioniert alles auf dieselbe Methode und das ist extrem praktisch, vor allem für Backenddienste oder etwas in dieser Richtung. Die nächsten beiden Dienste, die wir uns angucken wollen, ist einmal Who's on Call und Escalation Policies. Diese beiden Dienste sind aber nicht wirklich für jeden geeignet. Da könnt ihr ein Team definieren und dann sagen, wer aus welchem Team zu welcher Uhrzeit an welchem Tag für welchen Dienst die Verantwortung trägt. Dieser Person wird dann informiert und muss dafür sorgen, dass der Dienst wieder online geht. Und bei Escalation Policies kann ich zum Beispiel sagen, was passiert, wenn ein Dienst offline geht für länger als fünf Minuten, für länger als eine Stunde. Wer informiert wird, vielleicht wird irgendwann der Konzernchef informiert, weil irgendwie das halbe IT-System abgeschmiert ist. Aber ich kann hier genau sagen, was passiert, wenn etwas irgendwie abläuft oder passiert, dass das Marketing informiert wird und so weiter. Escalation Policies sind Paid-Dienst, also ihr müsst hier bezahlen, wenn ihr das machen wollt. Aber grundsätzlich ist das halt, wie gesagt, auch eher was für professionelle Anwender. Was uns viel mehr interessiert, sind Incidents. Und was genau ein Incident ist, das ist das nächste Kapitel. Dann gucken wir uns doch mal an, was ein Incident bzw. ein Zwischenfall eigentlich ist. Ich habe hier einen erzeugt. Meine Webseite war kurz offline, deswegen sehen wir hier auch schon Status 403. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich auch mehr Detailinformationen, zum Beispiel, welche URL kontrolliert wurde, was der Fehler war, wie lange das gedauert hat. Ich kann hier mit meinem Team kommunizieren, zum Beispiel andere Teamkollegen informieren und kann sagen, was passiert ist. Ich kann das Ganze einfach bestätigen, dass das passiert ist und dass ich weiß, warum das passiert ist. Ich kann aber auch eskalieren. Zum Beispiel kann ich ein anderes Team informieren, wie Marketing, Kundensupport und so weiter, um zu verhindern, dass das in Zukunft häufiger passiert. Oder halt einfach hier dafür zu sorgen, dass jeder Bescheid weiß. In einem Konzern, einem größeren Team ist das sehr, sehr wichtig. Und ich kann hier das Ganze auch auf meiner Statuspage als Zwischenfall markieren, dass zum Beispiel ein Dienst für fünf Minuten nicht erreichbar war, wenn zum Beispiel ein Drittdienst auf meine Daten zugreifen möchte. Deswegen ist es auch so wichtig, eine Escalation Policy zu haben, wenn ihr wirklich in einem großen Team arbeitet, damit ihr genau sagen könnt, wer alles Bescheid weiß und wer Bescheid wissen muss. Grundsätzlich ist das aber auch schon alles. Ich hoffe, ihr werdet niemals so etwas in der Realität erleben. Ist niemals schön, wenn plötzlich ein Dienst offline geht. Aber dann beschäftigen wir uns doch einfach mal mit dem schönsten Teil dieses Tutorials, also wie man eine Statuspage baut. Eine Statuspage zu bauen ist unfassbar einfacher. Geht hier auf Statuspage und sagt zum Beispiel, wie heißt das. Gebt ein paar Informationen ein, zum Beispiel Links und URLs, wo man hinkommt, wenn man auf das Logo klickt. Gebt ein bisschen was zu L ein. Ich kann hier zum Beispiel sagen Status Punkt und dann Muster GmbH.de, also die Seite, unter der ich erreichbar sein möchte. Grundsätzlich müsst ihr dann natürlich noch eure DNS Einstellungen vornehmen. Ihr könnt hier ein paar wichtige Informationen einstellen, auch Custom CSS und sowas hinterlegen, wenn ihr wollt. Google Analytics und was nicht alles. Ihr könnt hier jede Menge Sachen hinterlegen oder auch in Twitter Updates. Falls es irgendwie Status Updates über Twitter gibt, ist auch sehr praktisch und das kann man alles einstellen, ist aber alles nicht so wirklich wichtig. Wir gehen jetzt hier einfach auf Save Changes. In dem Moment habe ich eine Status Seite erstellt. Die sehe ich hier unter Status Punkt Muster GmbH.de. Die funktioniert natürlich nicht, weil es die URL, glaube ich, gar nicht gibt. Aber grundsätzlich kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt meine Dienste verwalten. Also sage ich, ich möchte jetzt eine Section, zum Beispiel Website und ich möchte jetzt einen Dienst, meine URL und ich möchte auch Google hinzufügen. Diese beiden Dienste werden da jetzt unter der Gruppe Website aufgeführt. Wir können aber mehr Sections hinterlegen, zum Beispiel wenn ihr sowas habt wie Backend oder API oder sowas, dann könnt ihr das hier gruppieren und dann so wunderbare Gruppen erstellen, wie ich das ja auf meiner Webseite auch habe. Zum Beispiel hier unter Website und unter Community. Das ist das Ganze, was ich damit machen kann. Das nächste, was ich machen kann, ich kann hier Status Updates erstellen, zum Beispiel ein Incident melden, einfach nur ein Status Update, dass geplante Updates kommen. Oder hier wirklich unter Maintenance sagen, ich möchte gerne eine Maintenance in den Kalender eintragen, dass jeder Bescheid weiß, hey, diese 20 Minuten ist die Seite offline. Und ich kann auch E-Mail Notifications hinterlegen, also dass zum Beispiel Kunden informiert werden, wenn ihre Seite offline geht. Oder meine eigentlichen Kunden, meine Abonnenten oder so etwas kann ich informieren. Und damit kann ich eine Status Seite bauen. Das ist ziemlich einfach. Hier werdet ihr in wenigen Minuten eine solche Status Seite zusammenklicken können. Hier noch ein schönes Logo hinterlegen und so weiter. Hier seht ihr auch Maintenance. Habe ich zum Beispiel gerade bei mir gar keine. Ich habe auch keine Incidents in dem Fall. Also meine Dienste waren immer online. Und das Einzige, was ich bei mir jetzt noch machen muss, ich möchte ja gerne das hier unten bauen. Und wie das funktioniert, das ist das letzte Kapitel. Also los geht's. So, das Letzte, was wir dieses Tutorial noch machen wollen, ist so eine kleine Komponente auf eurer Seite einbauen. Und das Ganze ist nicht wirklich schwer und dazu nutzen wir Visual Studio Code, das ist das, was ihr hier seht. Und Chrome, das ist das, was ihr hier seht. Ansonsten habe ich hierfür schon mal ein kleines Nux-Projekt vorbereitet. Das ist quasi Plain Default. Das Einzige, was wir jetzt anpassen müssen, ist als erstes unseren API-Key in unsere Nux-Config zu schreiben. So, das Erste, was wir brauchen, wenn wir eine solche kleine Status-Komponente bauen wollen. Wir gehen auf Integrations. Hier sehen wir jede Menge Dienste. Wir brauchen aber unsere API. Unsere API besteht hierbei aus einem API-Token. Den kopieren wir uns schon mal ins Clipboard. Und das ist halt ein Code, den ihr benutzt, um diese API bei euch aufzurufen. Hier unten sehen wir auch eine Gruppierung von allen möglichen API-Schnittstellen. Die Schnittstelle, die wir brauchen, ist einfach die Summierung einer Status-Page, also slash API v2 Status-Pages. Da kriegt ihr eine Liste aller eurer Status-Pages. Und mit der ID eurer Status-Page kann man dann eine gezielte Status-Seite auswählen. Und wenn wir hier unten sind, können wir auch eine Liste aller API-Parameter aufrufen. Das sieht dann so aus. Und das, was wir hier drin brauchen, ist ganz hier unten nämlich eine Summary. Also wir wollen Attributes.aggregateState haben. Hier können wir dann nämlich sagen, ist die Status-Seite gerade Operational, Downtime oder Degraded. Das sind die drei Zustände, die wir haben können. Wir werden das gleich bauen mit grün, rot und orange, je nachdem, welcher Status hier kommt. Aber so erhaltet ihr die Dienste. Aber wie bauen wir diese Komponente denn? Dazu nutzen wir Nux und ich zeige euch das mal kurz. Hierzu erstellen wir uns eine Runtime-Config, Beta-Uptime als Name und hier kopiert ihr euren API-Key rein, sofern ihr den nutzen wollt. Das ist alles, was wir in diesem Video hier anpassen müssen. Mehr müssen wir hier nicht machen. So, dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Grundsätzlich sagen wir, wir brauchen als erstes hier oben mal eine kleine Div-Box mit Status als Klasse. Hier drin brauchen wir eine weitere Div-Box, beziehungsweise sogar einige Div-Boxen. Und zwar sagen wir, hier drin haben wir die Div-Box Status-Icon mit Status-Icon-Inner und Status-Icon-Wave. Außerdem haben wir hier einen Status in einem Paragrafen, wo wir auf eine Variable Status zugreifen. Hier sage ich jetzt einfach mal Status gleich Operational. Also wir schmeißen das einfach mal dagegen und erwarten jetzt, dass sie Operational zurückkommt. Das ist natürlich nicht das, was wir später machen wollen, aber in dem Moment sehen wir das hier. Was wir jetzt machen können hier unten in unserem Style-Part, können wir unseren Status ein bisschen stylen. Wir sagen also hier, okay, unser Status, den würden wir gerne anpassen, zum Beispiel mit ein bisschen Innenabstand. Außerdem würden wir eine Hintergrundfarbe vergeben wollen, in meinem Fall einfach einen Weißton. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, kriegen wir so eine kleine Box umzu. Außerdem würden wir unsere Inhalte gerne in einer Reihe darstellen lassen und ein bisschen Border-Radius erzeugen. Und das Ganze sollte dann später auch zentriert sein. Das speichern wir jetzt so ab. Unsere eigenen Elemente da drin, unser Paragraph, kriegt erstmal kein Margin, also kein Außenabstand und greift auf eine CSS-Variable Color zu. Diese CSS-Variable Color definieren wir einfach hier oben mit der Klasse. Wenn unser Status auch die Klasse Operational bekommt, dann sagen wir Color ist Green. Das speichern wir jetzt ab. Natürlich haben wir zwei weitere Farben, und zwar haben wir einmal Degregated und Downtime mit Orange bzw. Rot. Das Ganze speichern wir jetzt ab und wir sehen, hier passiert nicht wirklich etwas. Wenn wir jetzt aber unsere Klasse hier oben mitvergeben, also Status.Operational, dann wird das Ganze grün. Wenn wir das Ganze zum Beispiel Degraded machen, dann wird das Ganze rot. Also unsere Farbauswahl funktioniert wunderbar in Abhängigkeit unserer Klasse. Das ist also schon mal nice. Wenn wir das so gemacht haben, können wir das jetzt erstmal so stehen lassen. Was wir jetzt machen wollen, ist unser Icon hier vorne zu gestalten. Wir haben hier unser Status.Icon. Das bedeutet, wir können auf Minus Icon zugreifen, indem wir hier sagen und Minus Icon. Minus Icon. So, und in dem Moment kann ich jetzt sagen, hier drin würden wir gerne ein Icon definieren in einer fixen Größe. Und wir würden gerne ein bisschen Abstand haben und das Ganze als Ausgangspunkt nehmen mit Position Relative. Ihr seht, hier ist jetzt so ein bisschen Abstand gekommen. Was wir jetzt haben, wir haben hier drin ja einmal Minus Inner Minus Wave. Darauf können wir hier auch zugreifen, also sagen wir Inner Wave. Also und Minus Wave, Komma und Minus Inner. Und hier drin können wir jetzt sagen, wir würden das gerne absolut positionieren, genau in der Mitte. Allerdings wäre es jetzt nicht genau in der Mitte. Dafür müssen wir hier noch Translate Minus 50% auf beiden Achsen machen. Wir sehen hier aber noch nichts. Wenn ich jetzt unsere Wave nehme, kann ich einfach mal machen. Wir fügen jetzt hier unten unsere Wave ein. Und hier drin sage ich, okay, wir würden gerne Border Radius und so weiter alles erben. Und als Hintergrundfarbe nutzen wir einfach die Farbe, die wir ja hier vergeben über Color und dann bei Operational und so weiter. Wenn wir das abspeichern, kriegen wir jetzt hier einen grünen Kreis. Das nächste, was wir machen wollen, wir sagen jetzt hier Opacity 0, also die Deckkraft und definieren uns eine kleine Animation, nämlich Animation Wave 1500 Millisekunden, Ease In Out und das Ganze soll unendlich gehen. Denn diese Animation haben wir noch nicht. Die erzeugen wir uns jetzt einfach hier unten kurz und sagen, okay, wir haben hier eine Wave-Animation. Die startet einfach bei 0% mit Scale 0, Opacity 1, also 100% deckbar, aber halt nicht sichtbar. Und hier unten sagen wir 90% Scale 1.2 und Opacity 0. Speichern wir ab und in dem Moment kriegen wir hier eine wunderbare Animation von so einem Punkt, der immer größer wird. Unsere Innerbox sieht ähnlich aus. Wir sagen hier also Inner und in dem Moment kann ich jetzt hier sagen, diese Innerbox ist einfach ein grüner Punkt, den wir jetzt natürlich mit Border Radius und einer grünen Hintergrundfarbe auch noch gestalten müssen. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Punkt, den ihr auch beliebig verändern könnt. Ihr könnt auch mehrere Waves einbauen. Das Ganze funktioniert also, aber wie kriegen wir denn jetzt wirklich unseren Statuswert? Das ist nicht wirklich schwer. Wir sagen nämlich hier oben einfach, okay, wir haben hier jetzt unsere Runtime Config. Diese Runtime Config, die wir hier haben, da wollen wir später ja unseren Status definieren. Aber woher bekommen wir den? Diesen Status definieren wir uns als Variable, nämlich hier Data.Status. Also wir greifen auf unser Data-Objekt zu und weisen das einem neuen Namen zu, nämlich Status. Das Ganze basiert natürlich auf einem Await Fetch. Damit greifen wir auf einen Backend-Dienst zu. In unserem Fall greifen wir dabei auf die Schnittstelle zu, die wir uns gerade ja schon angeguckt haben, nämlich von BetterUpTime auf Status minus Pages. Ich greife hier direkt schon auf eine ID einer bestimmten Statusseite zu. Wenn ihr diese ID noch nicht habt, könnt ihr erst mal auf die gesamte Seiten zugreifen, dadurch dann die richtige Statusseite raussuchen von eurem Profil und dann die ID benutzen. Wir müssen das Ganze jetzt aber noch mit einem Zugriff versehen. Also wollen wir hier drin sagen, okay, wir würden gerne einen Header mitgeben. Innerhalb dieses Headers würden wir uns gerne anmelden bei der API mit unserem Token. Diesen Token bekommen wir in unserem Fall hier oben aus der Config und dann BetterUpTime. In dem Moment, wenn ich das Ganze jetzt speicher, würde das theoretisch funktionieren, aber ihr seht gleich schon ein Problem. Wenn ich das nämlich aktualisiere, kriegen wir hier viel zu viel Zeug zurück. Ihr seht hier, das Ganze ist verschachtelt in Data, in Attributes und dann ganz hier unten sehen wir irgendwo AggregatedState mit Operational. Das ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. Das Schöne ist, Nux gibt uns hierfür die Möglichkeit, neben unserem Header ein Transform-Statement zu benutzen, um unser Data-Objekt etwas zu manipulieren und zu transformieren. Wir sagen daher, wir würden gerne unser Data-Objekt hier drin auf Data zugreifen, auf Attributes und auf AggregatedState. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir, unser Status wird hier definiert, aber so funktioniert das eigentlich, müsste das jetzt angezeigt werden, und zwar sehen wir jetzt hier Operational. Das funktioniert also wunderbar. Jetzt brauchen wir noch die Klassen, dass wir das korrekt mappen können und sagen deswegen hier unten ein Objekt Get Classes und hier sagen wir jetzt als erstes, würden wir gerne auf Status zugreifen und wenn Status Operational ist, dann wollen wir die Klasse Operational vergeben und das Ganze funktioniert natürlich auch mit den anderen beiden Zuständen. Wenn wir das so abspeichern, sehen wir, wenn ich jetzt hier hochgehe, dass wir die Klasse vergeben können, indem wir sagen Get Classes. Wenn ich das jetzt aktualisiere, dann sehen wir hier unten, wenn ich das Operational hier rauslösche und nochmal aktualisiere, dass wir jetzt unsere Klasse gesetzt bekommen und um Fehler zu vermeiden, sollten wir das Ganze nur anzeigen, wenn Status auch wirklich definiert wurde, also if Status, das speichern wir jetzt ab und in dem Moment habt ihr eine Komponente gebaut, in diesem Fall für Nuxt, wie ihr auf euren Status eurer Systeme zugreifen könnt, um das darzustellen. Das ist ein kleines Gimmick, ist natürlich nicht ausschlaggebend, aber ich finde es cool, so etwas anzuzeigen, vor allem, wenn ihr eine Website habt, die direkt nicht mit eurer API in Verbindung steht in irgendeiner Weise. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video oder sagt doch einfach mal, was ihr in Zukunft gerne sehen würdet. Bis zum nächsten Mal.